hallo ich alles wieder bei mann nfl 19 wir haben die letzte der heutigen solo challenges nun der acht stunden solo solo challenges der fünften sequence zu spielen wieder ein full game aber nur zwei minuten pro quarter diesmal geht es gegen die kansas city chiefs gegen patrick mahomes und wir treten auswärts an in arrowhead ich habe gerade schon gesehen weather windy das wird eine sehr interessante sache müssen wir wirklich mal schauen wie kann man da wirklich gut passen können ansonsten wenn es wie wenig das dort sein wird werden wir über unser rushing game arbeiten also mit eddie george und dort dann versuchen wir jahr entsprechend gut zu machen muss ich mir jetzt ein bisschen beherrschen sonst fange ich wieder an jedem zweiten ball oder jeden ball auf kishon johnson zu werfen ich bin jetzt gerade ein bisschen kishon johnson fanboy wir haben aber 94er wide receiver also wenn ich darüber anfange zu erzählen komme ich aber erst mal jetzt der vorspann es geht gegen die chiefs den habe ich doch als karte die normale ist habe ich einen 79er also auch ein gold player den man aber entsprechend aufwerten kann deswegen habe ich den auf mir gut zurückgelegt der also in den power ups reinkommt ach du heilige das ist mal extrem windig wir haben gegenwind die chiefs haben rückenwind der ball der floppt schon runter an der 23 jahrlinie also der normale returner kommt hier gar nicht in ballbesitz das ist auch nicht immer gut wie wir gerade gesehen haben weil dementsprechend kurz war der return jetzt auch jemand da ist der normalerweise von fürs blocken da sind jetzt auf einmal dann den ball tragen soll da muss man sich auch dran gewöhnen so wir blitzen das ist ja mal interessant gegen patrick holmes gegen diese exklusive passing offense setzen wir auf dem blitz wir sind auf dem end in dem fall jetzt auf crawford und versuchten patrick holmes unter druck zu setzen das ist mal wunderbar gelungen aber er hat mit einem screencast wunderbar geantwortet der safety ist die letzte tackle option der feed nachdem er zwei verteidiger hat aussteigen lassen da haben uns aber mal einen reingelegt zweiten versuch und eins an der 42-jahr-linie und bei dem wind können die chiefs mit viel grund sicherheit schon schon schließen wenn sie an der 40 sind weiter und eins wieder ein play action aber ein perfekt ausgeführtes die chiefs sind schon fast in der mitlinie an der 49-jahr-linie neuer erster versuch also bis jetzt ist das sehr eindrucksvoll und meine blitze nehmen sie perfekt auf mit festen auf die außen erster versuch in zehn erster versuch in der 8-jahr-linie erster versuch in der 8-jahr-linie erster versuch in der 8-jahr-linie endlich mal genug druck auf patrick holmes der erste unvollständige pass mann mann da 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 machen sie aber echt mächtig druck so wir nehmen die andere smog wir blitzen weiter second and goal an der 8 noch sechs sekunden im ersten quarter zu spielen selbst laufen sportliche ein option play das war das ende des ersten worters der chiefs motors ist ein bisschen in stocken geraten gott sei dank wir auch sehr erschreckend gewesen dass die ganze zeit so weitergegangen wäre aber wir nehmen keine cover vor der pomps variante an der 8-jahr-linie war das ein ich habe mir das war ein fortschritt der offens so ist es fünf jahr obendrauf heißt wird aber jetzt von der 13-jahr-linie und das ist schon eine nummer wir bleiben in der cover vor jetzt haben wir in der quarters variation an der 13-jahr-linie erinnert sich ja fünf jahr-jahr-linie das ist aber trotzdem findet ein receiver aber an der 9-jahr-linie natürlich weit weg von der endzone das heißt kein touchdown wo sie sie klicken jetzt gegen den wind aber von der 9-jahr-linie ist das auch nicht mehr unbedingt so der akt ich muss ich bin so schissig ich habe mal angst auf den auf den auf den panther zu auf den kicker zu gehen ich kann es mir eigentlich erlauben mit abu sie eh weil der so schnell ist jetzt kicken die chiefs gegen den wind das wird also auch noch ein relativ kurzer kick ich glaube nicht dass einer meiner haupt rutsch dem alles zurück das ist davon austin mit dem liter da war ja mal eine lücke diesen return bis an die 45-jahr-linie er ist noch zweiter ich habe mir das mal angeschaut er ist vom speeder als returner so schnell beziehungsweise die wide receiver die shop johnson taucht da gar nicht auf turn on star unter ferner liefen die sind einfach der ist einfach mal schnell der kleine da kommt keiner dran so ja wir wo sind wir an der 45-jahr-linie er willigen mit drei punkten zurück wir fangen mal mit slants an in aller ruhe blocking haben wir wieder auf aggressiv gestellt das heißt ich möchte ihn mit schnellen passen arbeiten johnson und cooper meine beiden slot receiver von der linken seite wir gehen gleich mal auf kiesche und johnson der track und das ist ein touchdown erster pass 45-jahr-bombe auf kiesche und johnson so schauen wir mal dass wir noch den field goal attempt verwandeln das ist auch gerade gelungen und damit haben wir eine 7 zu 3 führung ja das ging doch mal zügig schießt wenn sich jetzt gerade gewaltig die augen reiben jetzt haben wir natürlich den kick off gegen den wind mit rückenwind der dürfte jetzt mit sicherheit bis ans ende der der touchdown zone gesegelt das heißt der receiver der returner geht aufs knie touchback an der 25-jahr-linie sehen wir jetzt die chiefs offence mit patrick mahomes wieder bin gespannt ob er also sie werden mit sicherheit in den no huddle offence gehen haben wir doch auch noch alle drei auszeiten also die halbzeit ist noch nicht vorbei da kann vielleicht noch was passieren hier drückt auch mal holmes vollständiger war ja jetzt aber gerade kippel hat ja versucht ein hitstick teckel zu landen deswegen sah das so komisch aus das war ein das schenken wir ihnen jetzt aber gerade natürlich gewaltig jahr an der 37-jahr-linie an meiner 37-jahr-linie sind die chiefs dadurch schon alter das hat aber weh getan cover one hole 49 sekunden noch zu spielen die chiefs müssen da sie jetzt hier gegenwind haben noch zu 7 yards müssten sie machen bis an die 30 für ein realistisches fieldball bei diesem wind ok hat er aber mal übel überworfen Patrick Mahomes der erste richtig schwache pass von ihm 2. und 10 schauen wir ob wir noch einen blitz irgendwo haben ach ne haben wir nicht 2. und 10 so wir sind wieder auf dem end wieder auf crawford in dem fall wir haben sie ich werde mal für ich werde mal ein bisschen weniger die man-to-man-carpet spielen das glaube ich gegen einen großen tight end da habe ich enorme differenzial wenn ich jetzt sagen kann also da der ist für mich nicht kontrollierbar deswegen gehen wir mal lieber in der zone defense pass auf die außen aber der receiver war nicht im aus deswegen müssen die chiefs ihre zweite auszeit nehmen 2 und 3 dann nehmen wir die temper 2 2 2 und 3 an der 14-jag-linie 1 eine auszeit haben die chiefs noch die werden sie mit sicherheit benutzen nachher um ihre field goal unit weil sie keinen cutscene noch ziehen sollten aus feld zu holen vollständiger pass über die Mitte knallharter tackle hier von Ryan Chazier da kann man auch mal fumble tun sie aber nicht first end goal die Zeit läuft weiter ja da sind sie in der endzone ja das wird ein härteres wir haben hier den Chiefs mit einer sehr sehr starken Offense so der PT ich bin jetzt mal auf den kicker gegangen und siehe an mit abusi e können wir uns das erlauben wir haben den PET geblockt das ist bei so einem knappen spiel echt mal wichtig die Chiefs wie gesagt kicken jetzt gegen den Wind wird also wieder ein kurzer kick auf werden ja jetzt bekommt jetzt mal einen fullback den ball der kann zumindest den ball tragen aber ist natürlich noch der aller schnellste dafür ist ein fullback an der 37 jahre hin wir haben rückenwind gibt mir noch irgendwas womit ich weiter werfen kann wir nehmen den dick and go owns auf der linken seite und schabt meine mögliche missive die wir auf lange Routen schicken los geht hier auf Terl owns der hat den ball das gibt es ja gar nicht der ist immer noch unterwegs und ist in der endzone so ich habe zwei offensiv Züge glaube ich gemacht und zwei passing touchdowns weil man sagen muss wie gesagt wenn man den wick in die Rücken hat ist das schon enorm erleichter und gerade bei diesen bei diesen Routen wo man einfach die wide receiver nach vorne laufen lässt ist aber natürlich auch sehr 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 fahrlässig seitens der defense weil das weiß man ja irgendwo auch was da dann kommen mag drei sekunden ach jetzt habe ich den kick voll aus der geht über die endzone hinaus das heißt wieder an der 25 hätte eigentlich einen kürzeren kick machen müssen damit die zeit die drei sekunden die noch drauf sind bei den return flöten geht das haben wir jetzt nicht gemacht wir gehen in alle cover through sky die hat aufgrund von kelsey will ich mal so ein bisschen weg gehen von der man to man coverage aber es passiert nichts mehr die cheeps gehen aufs knie das heißt die erste halbzeit also es ist in zwei minuten 14 zu 9 punkte 23 punkte insgesamt das sieht man nicht alle tage so wählen die zweite halbzeit der kick auf bis in die endzone auch wie deon sanders wir sind immer noch unterwegs da hätte ich da noch einen vorblock bekommen wären wir durch gewesen aber so sind wir bis an die 48 gekommen so nehmen wir den teil der drive wir haben jetzt gegenwind also auf johnson der ist da eventuell wieder im 1 gegen 1 aber jetzt bei gegenwind würde ich da ungern hinwerfen kurzer pass auf swain vollständiger pass wind über die mittellinie an der 48 jahrtlinie 4 jahrtsraum gewinnen wunderbar genau das ist das was ich möchte wenn wir jetzt gegen den wind spielen paar schöne kurze pässe wide receiver drive uns geht hier jetzt gleich in motion start ist meine sicherungsoption los geht's ja also wir soviel zu der frage warum ich kein pocket passer bin ich bin wirklich relativ relativ lange stehen geblieben und er hat mich dermaßen weggenatzt ich hatte glück dass es kein sack war und sind die permanent spielstation los geht's schneider pass er ist schon wieder unterwegs wir sind in der endzone das gibt es ja gar nicht zweiter patschlau von terrell ons die ist noch als 48 jahrts wer jetzt gerade hier an das spiel der rams gegen die chiefs denkt ich erkenne gewisse parallelen wenn das so weitergehen würde ich bin gespannt ob die chiefs jetzt auch wieder scorn werden wir kicken jetzt gegen den wind wird also ein kurzer kick aber dementsprechend auch wieder nicht der haupt returner kein title kill der hier gleich auf dem platz betonieren wird ja auch hier ein fullback genauso wie bei mir eben und damit kannst du unbedingt die riesen returns hinlegen auf dem platz auf dem platz auf dem platz hier sehr schön rein scherzer reist die aber hoch wenn es anders was entschuldigung ich dachte es wäre der mittel linebacker gewesen haben auberstorben bei vier blitzen weiter weiter wunderbar das laufspiel von kareem hunt direkt unterbrochen dritter und lang schauen wir mal was wir da haben die kammer city wird kommen ganz wieder ein paar was weil ja 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 das schon sehr wirklich mit linebacker zu spielen ich bin dann entdeckt ich höre schon wir spielen die fenstecke Da kann ich wie es uns keinen Fehler machen. Ist was war ich dran? Ist mir aber zu langweilig. Dann ärgere ich mich lieber darüber, wenn ich mal wieder am Quarterback vorbei sense. So, was haben wir da? Wir gehen in den Temperaturen. Hat jetzt ausnahmsweise wieder aufgrund eines Kals ist, eines Mahomes, bin ich gerade mal so ein bisschen weg von der Man-to-Man-Carbridge. Die letzten zwei Minuten brechen an, wir sind also schon im Two-Minute-Warning haben wir ja nicht. Da wir ja nur zwei Minuten pro Halbzeit haben. Zweiter Versuch und 11. No-Huddle-Offense, jetzt schon der Chiefs. Die zweimal scoren müssen liegen ja nur zwölf Punkten hinten und da haben wir einen Stack. Deswegen spiele ich es halt doch so gerne mal ab und an. Kommen wir dann nochmal durch. Dritter und 15. Temperaturen von der eigenen 43-Jahr-Dinie. Das wird ein sehr interessanter Versuch. Da war ich aber schon wieder mal extra... Boah! Ich habe schon gesehen, wie wir noch versucht haben, ich glaube mal Safety Xavier Woods war es, noch von hinten den Ball frei zu schlagen. Das ist halt dieses Trip Aggressive. Das kann halt auch mal klappen. Schöner Pass. Schöner Hit hier von Sanders auf Karim Hunt. Zweiter Versuch und 8 von der 33-Jahr-Dinie, die wir nähern uns schon der letzten Minute in diesem Spiel. Vollständiger Pass zur Receiver geht jetzt aus. Genau richtig gemacht. So spielt man, wenn man seine Auszeiten noch sparen muss und möchte, weil das müssen die Chiefs sein. Sie müssen ja zweimal scoren. So versuchen wir beim ersten Drive möglichst keine Timeouts zu verblasen. Jetzt haben sie aber einen vierten Versuch und drei. Wir nehmen die Cornerblitze. Das ist gar keine schlechte Idee. Sie hätten jetzt natürlich auch schon einen Feedcode probieren können. Wir sind den Geist 14 mal zurück. Sie brauchen ja zwei Touchdowns bei zwölf Punkten. Mein Gott. Mutterseelen alleine. Wirklich Mutterseelen alleine. Wir bleiben am Cornerblit-Sweep. Die letzten 40 Sekunden des Spiels laufen. Unvollständige Passuhr bleibt stehen. Wir passen weiter. Second and Goal. Die Chiefs haben noch keinen einzigen Ausdruck erwarten. Also Respekt, das ist sehr konsequent, was wir hier spielen. Unvollständiger Pass läuft die Uhr gar nicht mehr weiter. Wir bleiben am Blitz. Ich möchte mal Homes gar keine Ruhe lassen. Interessant, dass sie nicht auch mal, dass der Kern keine Option darstellt. Dass sie mal auf den gehen. Warum auch, wenn man einen Travis Kelsey hat, Touchdown schiefs. Das ist aber wirklich mal ein... Oh, Under Review. Aber der hat doch beide Füße in Bounce gehabt, oder? Schauen wir mal. Eins. Oh, knapp. Das. Ein. Der hat auch den zweiten Mal darüber gezogen. Das müsste ein Touchdown sein. Das müsste ein Touchdown sein. Schauen wir mal, was die Schiedsrichter sagen. Ja, ist ein Touchdown. So, wir haben jetzt sechs Punkteunterschied. Aber Abuse-E wird wieder versuchen zu blocken. Da waren wir jetzt ein bisschen zu spät. Und sind in den Kicker hineingelaufen. Aber der P.T. war trotzdem gut. Abuse-E, der ist da schon verdammt schnell immer unterwegs. So, es wird einen On-Side-Kick geben. Wir stellen unser Hands-Team aufs Feld. Gott sei Dank, wir haben den Ball. Drei Auszeiten haben die Chiefs noch. Die werden sie jetzt natürlich nehmen. Um uns an einem weiteren Score abzuhalten. So, wir laufen. Wir ziehen ihm jetzt erstmal die Time-Outs aus der Tasche. Wir laufen aber über die linke Seite über Eddie George. Und los geht's. Schöner Block hier auch von Kashi. Von Kishon Johnson. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Da habe ich erreicht. Ich weiß gar nicht, wo, dem seine Blocking-Wert ist. So, ich würde mich das mal anschauen. Weil damit kann er uns natürlich auch extrem helfen. So, wir laufen. Auch wieder über die Außen. Noch über die linke Seite. Da blocken jetzt Beine Right Receiver. Und ja, schon wieder. Wunderbar. Das hat gereicht, damit der Cornerback nicht aus dem Block herauskam. Und schon haben wir den First Down. Oh, ich glaube, da kriege ich viel Spaß mit. Weil gerade, ich laufe hier auch immer noch gerne über die Außen. Ich bin immer sehr gespannt, wie hoch ihr Sieg Kill Elliot sein wird, wenn er aufgewertet wird. Durch die, durch die Glitzkarte. Auch ein Flag heißt, das ist ein Holding. Wir haben uns zwar irgendwie über die First Down-Markierung gedrängt, aber das hat nicht gereicht, weil es ein Holding war. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Starten beim ersten Versuch und zehn. Heißt das jetzt zweiten Versuch. Erster Versuch und zwanzig. So, die letzten sechs Sekunden. Die Chiefs haben noch eine Auszeit, die sie nehmen können. Wir laufen über die Innenseite. Guck mal, ein Blitz, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. So. Zwei Sekunden noch auf der Uhr. Lauf über die Außen. Zweite und neunzehn. Wir laufen über die linke Seite. Der hält den Block eins gegen eins die ganze Zeit. Das gibt's nicht. Das war's. Wir haben gewonnen. 21 zu 16. Challenge erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.